hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder guti und bietet euch heute einen neuen guide zu play das spiel ist gerade erst draußen aber das gute ist die allererste trophy die auf uns wartet beginnt auch direkt am spiel anfang ist natürlich ein verstecktes trophy und dementsprechend auch sehr sehr leicht zu verpassen achtet die nächsten tage bei mir auf dem kanal auf alle fälle nach neuen play guides ich werde zu sehen so schnell wie möglich für euch so viel wie möglich videos natürlich zum neuen wahrscheinlich superhit der akin studios so haben aber jetzt kümmern wir uns erst mal hier um die trophy arbeitsverweigerer dafür müsst ihr gar nicht viel tun das ist hier direkt wirklich der start des spiels wir haben eben gerade gestartet stehen aus dem bett auf und werden dann aufgefordert aufgefordert natürlich unseren arbeitsanzug anzuziehen und zum helikopter zu kommen ja und dem leisten wir natürlich auch folge da sind wir jetzt noch nicht die arbeitsverweigerer das kommt erst einen kleinen augenblick später also erstmal euren anzug anziehen ihr braucht also wirklich nichts weiter im appartement oder so zu machen sondern könnt einfach direkt euer appartement durch die tür verlassen und euch zum helikopter begeben einfach den flur runter ab in den fahrstuhl den oberen knopf für dach gedrückt und hoch zum heli das ist erstmal ja so startet das spiel wirklich ganz ganz einfach nur dass wir dann halt oben am helikopter ja ein bisschen das unerwartete tun indem wir uns nämlich in die rotor blätter stürzen und dafür gibt es dann wie gesagt die trophy arbeitsverweigerer der erste guide ist da ich hoffe er hat euch gefallen und geholfen wenn ihm so war lasst doch bitte einen daumen nach oben da darüber würde ich mich wahnsinnig freuen ansonsten abonniert natürlich auch gerne den kanal dann verpasst ihr hier kein neues video mehr weiterempfehlungen sind auch immer super sahne ich danke euch und hoffe ich sehe euch bald wieder ich sage bis dahin so long goodbye keep gaming euer goodie so